hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach den decke und heute euch das spiel maurie strikes force ich hatte das spiel noch voll mit rein und dann warten wir mal kurz ein paar sekunden bis der lagebalken durch ist endlich mal wieder maurie strikes war ja auch schon lange glaube ich nicht mehr gespielt bin mir auch nicht mehr ganz so sicher ich spiele immer so viel ok kam schon das sind wir so gute möglichkeit kommandant juli und ich habe eine neue möglichkeit gefunden wie man noch stärker werden kann sieht man das an oh silber surfer 5 tage 5 tage gut wenn wir hier schon mal sind dann fahren wir auch durch mit der tagesquest an tägliche Arena Kampf zweimal, machen wir auch gleich als erstes, weil muss man ja auch mal 15 Minuten warten, wenn wir einen Kampf gemacht haben, Verteidigung, okay, der Heiler muss nach hinten, führt, Belohnung, Belohnung, 6.000 bis 10.000, wieder fragen, 7.000, hm, shop, fangen wir mal an, der erste Kampf, äh, meine Kampfkraft ist 13.000, ach, sind alle stärker, scheißig, hm, da kämpfen wir gegen den hier, hm, 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 hm ein Schluck Wasser Auto 3-4 Schwindigkeit 2 1 1 1 2 Los Tor, mach die kleinen Spiderman kaputt. Zweiter da oben. Okay, jetzt muss ich 14 Minuten warten, deswegen weiß er es nicht. Arena gemacht, 3 Schurken Missionen, Kampf, weiter, überspringen. Okay, der muss nach hinten und der muss nach vorne. Ja, das ist aber so. Geht schon klar. Wow, wow. Okay. 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 Das war's für heute. Das war gleich weiter. Das war's für heute. Das war bei den anderen Strecken schon, ob da eine ist, so ein Charakter, den ich eigentlich noch brauche. Das ist, glaube ich, auch mal ganz gut, oder? Ja, die drei haben wir auf jeden Fall. Und hier, den habe ich nicht, soweit ich weiß. Die habe ich nicht. Was war das hier? Bei Nummer 4. Den habe ich nicht. Einen später fürs Rekrutieren dieses Charakters. Okay, nehmen wir den gleich. Komm, den hier. Ein Autosieg. Einer reicht. Na, war gar kein Spriter dabei. So ein Mist. Oh. Okay. 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 Und da war ich ja gerade schon. Okay. Boah. Ganz viel Splittergrad gekriegt von anderen Helden. describe glaube ich ja noch nicht. Es wird wieder Spaß! Geh ihr es dann dran drin, bei dem Stele. Aber das kann man sein später weiter machen. Und ich bin hier wirklich dunkel einzimen AoN. da ist ein neuer Ne, Röverin der kriegt den Rang wie schön diga tägliche Ziele gehts weiter damit Autosieg, drei Stück bei drei Missionen machen wir mal und Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 ein paar mehr das war 19 bräuchte bei den 14 Autosieck machen wir mal drei stück kein helden später gefunden so ein Mist den hab ich auch nicht den hab ich hab ich hab ich nicht hab ich und den hab ich auch gut gut trainiere ein Charakter fangen wir mal unten bei den an trainieren einmal na gut das machen wir gleich mit ausrüsten jetzt erstmal nur trainiert welche Kampagne achso ich muss 500 Energie ausgeben ja das schaffe ich ja gar nicht also machen wir gleich nächstes ein Teil ausrüsten da war ich ja grad schon bei denen gewesen bisher suche ich brauch das ja einmal Autokampf da ist es und zwei splitter ausrüsten upgraden ausrüst bei nach bis die aus bei 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 so jetzt du bist auf 28 gegangen also habe ich keine splitter mehr oder diese chips zum auflevelen da war 23 vor also noch 5 level ist ja nicht schlimm dann haben wir jetzt wenigstens schon ausgerüstet herausforderung angenommen der heiler kommt nach hinten obwohl der auch so 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 Hm-hm. Genau, hau's alle weg. Jawoll. Weg is'a. Nee, wo's meiner hin? Nein! Nein! Oh. Iron Feast. Hau ihn weg! Da kommen noch vier Stück. Oh. Er... Schrocken! Ha. Oh. Das war's für heute. Ich glaub das hab ich verloren. Noch einer dazu und noch zwei Stück dazu. Du ahnst es nicht. Weiter. So, da haben wir die auch schon mal fertig gemacht. Zwei Pilzebrüche noch in der Beel drin. Ich glaube nicht. Sieht nicht danach aus. Kampf. Das waren jetzt mal meine fünf stärksten. Ich lass jetzt auch die erstmal drin. Ich mach ja jetzt nur vier Kämpfe beim Blitzkrieg. Damit ich den voll habe. Ich glaub drei Wahl, das brauch ich nur. Dann mach ich gleich den Eindruck mit. Damit ich die Belohnung kriege. Oh. 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 Oh vorbei. Oh. Ah. Oh hier! Ach du, auch nee. Oh. Oh nee. schön gut gemacht das habt aber fein gemacht ich möchte jetzt gleich in leckerli für es Das war's für heute. Okay, und noch ein Sieg, dann habe ich meine Belohnung, da mein Meilenstein war's glaube ich dann, nicht Belohnung, sondern Meilenstein. Okay. 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 Okay, dann holen wir die Belohnung ab. Belohnung, Belohnung. Belohnung! Okay. Nehmen wir das auch? Ach, ich glaub das können wir schon mal machen. Und das ist der Schwächste. Ist ein ganz bisschen stärker als ich. Das wird spannend. Wer die bessere Samenstellung? Er oder ich? Er hat keinen Heiler. Doch, die Frau vorne. Ja. Oh, einer Daumen bei dir. Alles gut. Und kommt er wieder? Ne. Ich glaub der kommt immer nur wieder wenn er der letzte ist. Das stimmt. Jo. Super. Ja. 6999. Ich bin besser als 7000 jetzt. So. Okay. Vorräte kaufen. Dreimal. Und da leuchtet eins. Da. Was ist da drunter? Oh. Da ist da zwei. Und jetzt Vorräte kaufen. für Geld. Schauen wir erstmal für Geld. Hier ist kein grüner Punkt. Da sind. gut. Ich muss mit dem Geld ein bisschen sparen. So. Die drei Ressourcen gekauft. Tierhaut. Charakter. Den habe ich schon. Habe ich? Hab ich nicht. Oh. habe ich 15 habe ich nicht also fehlen noch von 53 Luke habe ich, den habe ich auch, Gamora habe ich nicht, ich finde aber 85, Ant-Man habe ich nicht, 45, Mantis 45, Spiderman 41, oh, das ist doch schön, 4 Stück brauche ich, hier brauche ich 10, oh, der ist da auch noch, den habe ich auch, dafür da auch nicht, dafür da auch noch, 36, ich will gerade 35 sagen, aber 36, kein Aufstieg, dafür noch ein paar, und dafür sind ganz viele, ich glaube ich kaufe den hier einmal, Marino, dann glaube ich verkauf hin, das Ding, und wer war noch soweit, den hatte ich gehabt, und, ah, hier, der war es, und den kaufe, ich höchte mir auch von 100, da kann ich ja nichts machen, 2000, ach, das Auto ist dann bei den beiden, ach, das Boot anbösen. das sieht gut bei den aus rangen aufstieg, rangen aufstieg, rangen aufstieg also die habe ich schon, der der habe ich nicht das war alles rang rang aufstieg, den habe ich auch schon auch, wie grottier einen kann ich noch holen einen aufstieg das ist doch bei denen zu lang nehme ich den hier die anderen haben leider Pech gehabt 27 da kannst du sterne kaufen ein Torstern ausrüstung 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 und nochmals ausrüstung ein an angreifer ein habe ich überhaupt einen, ich weiß es nicht Ich weiß nicht, ob ich von den anderen einen habe, deswegen... Den habe ich nicht, Cyclope. Von X-Men habe ich nur Wolverine. Von Schild habe ich die Heilerin und Agentin, aber keinen Angreiferin. Habe ich nicht, habe ich nicht. Das weiß ich nicht, den haben. Und die mal habe ich auch nicht. Egal. Läuft schon alles. Ach, und? Und dann geht es mal weiter. Ach, hier ist auch 15. Das ist schon alle optimiert. Raubzüge. Ja, also nichts. Ja, die optimierten Quests mache ich jetzt nicht, dauert mir sonst lange. Das sorgt jetzt schon. Gleich 4 Uhr. Ich muss gleich in einer Stunde los. Redskin. Rocket. Hier jetzt noch gucken. Überspringen. Überspringen. Okay. 17 Megabyte. Wieso? Müsst du eigentlich nicht zack gehen bei mir. Wieso? Bähne zu. Wieso? Und da? Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Das schaffe ich doch. Was ist das? 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 Blauer mich mit der Grafik hat die Grafik hat hier zu langsam Ok er denn ich kämpfe gegen acht Leute weiter Einer von mir ist down das Torn End certo Zwei sind von mir da unten. Oh, noch zwei von mir da. Nur noch einer. Puh, das war's. Weiter. Alle roten Punkte abgearbeitet. Perfekt. Allianz Hauptzug, Allianz. Schauen ob ich hier noch drinne bin. Gede Mitglied der Allianz. Schau. 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 Schau.